Ich lerne Deutsch. Nummer 2141 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Aroma dieses Kaffees ist einzigartig. Wir importieren ihn aus Kolumbien. Das Aroma dieses Kaffees ist einzigartig. Sollen wir heute Nachmittag zusammen üben? Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Wir suchen junge Menschen, die ihre Fähigkeiten in ein Start-up einbringen möchten. Wir suchen junge Menschen, die ihre Fähigkeiten in ein Start-up einbringen möchten. Unser Callcenter beschäftigt zehn Kollegen aus fünf verschiedenen Ländern. Unser Callcenter beschäftigt zehn Kollegen aus fünf verschiedenen Ländern. Im Glas ist hausgemachtes Sauerkraut von meiner Mutter. Im Glas ist hausgemachtes Sauerkraut von meiner Mutter. Ihr beide seid zu langsam. Ich bin schneller auf dem Parkplatz. Ihr beide seid zu langsam. Ich bin schneller auf dem Parkplatz. Ihr beide seid zu langsam. Ich bin schneller auf dem Parkplatz. Ihr beide seid zu langsam. Ich bin schneller auf dem Parkplatz. Die Katze beobachtet, was auf dem Bildschirm passiert. Die Katze beobachtet, was auf dem Bildschirm passiert. Auf der Werkbank liegen ein Gummihammer, eine Zange, ein Beil und weitere Werkzeuge. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. So mag ich meinen Kaffee. Filterkaffee ist einfach das Beste. So mag ich meinen Kaffee. Filterkaffee ist einfach das Beste. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Überprüfung der Windräder ist abgeschlossen. Das System funktioniert wieder einwandfrei. Die Überprüfung der Windräder ist abgeschlossen. Das System funktioniert wieder einwandfrei. Hier ist die Firma Wolf in München. Mein Name ist Franz Müller. Was kann ich für Sie tun? Das ist schrecklich. Wie konnte das nur passieren? Ich verstehe das nicht. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Meine Haare brauchen viel Pflege, damit sie immer gut aussehen. Endlich rufst du mal an. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Endlich rufst du mal an. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Sie bringt drei rosa herzförmige Luftballons mit. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Sie bringt drei rosa herzförmige Luftballons mit. Anton hat ein seltsames Hobby. Er sammelt alte hölzerne Schuheanzieher. Anton hat ein seltsames Hobby. Er sammelt alte hölzerne Schuheanzieher. Ich rufe einen Arzt an. Der Arzt ist in unserer Nähe und kommt gleich vorbei. Lars hat Fieber. Ich rufe einen Arzt an. Der Arzt ist in unserer Nähe und kommt gleich vorbei. Lars hat Fieber. Ich rufe einen Arzt an. Der Arzt ist in unserer Nähe und kommt gleich vorbei. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber sie hat tatsächlich gerade den Termin bestätigt. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber sie hat tatsächlich gerade den Termin bestätigt. Jemand beobachtet mich, während ich im Park ein Buch lese. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.